BR 2018 Ich würde ihm ein Kaktus geben. Das wäre, als würde er ein Stachelschwein essen. Ich füttere ihn mit Käse. Aber der würde ihm ein bisschen zu sehr stinken. Oh, Dinosaurier fressen Menschen. Aber eigentlich möchte ich keinen Menschen verfüttern. Es sei denn, es ist Owen. Packende Abenteuer warten auf dich. Mit den Spiele-Sets. Von Jurassic World wirst du zum Forscher und Entdecke einer vergessenen Welt.